Das waren jetzt, glaube ich, alle Lightning Talks von Flipchart. Super. Ja, dann vielen Dank nochmal an alle, die gekommen sind. Und ich kann euch nur zur körperlichen Betätigung aufrufen, mitzuhelfen beim Abräumen der Sitzgelegenheiten. Vielen Dank. Das war ja der 20. netzpolitische Abend. Der erste nach der Sommerpause, der wieder im altgewohnten Meta-Web in der Rathausstraße 6 stattgefunden hat. Der erste netzpolitische Abend nach der Sommerpause hat nämlich in St. Pölten stattgefunden. Der zweite war eine Ausnahme anlässlich der Wahlen der bevorstehenden in der Digital Society. Herr Rathlauer dankt fürs Zuhören.